Brutalst, was in Pokémon abgeht, die Preissteigerungen sind die größten, die maximalsten, die es jemals gab in Pokémon. Selbst bei dem Pokémon-Kartenhype ist nicht das, was wir jetzt gerade sehen. Es ist etwas Einzigartiges. Jeder, der dieses Video sieht, wird etwas Einzigartiges erkennen. Es ist schwer in Worte zu fassen, was hier abgeht. Der erste Teil des Videos über die krassen Preise, die da sind, bei den heißen Karten. Danach geht es weiter zu den Displays. Da hat sich auch einiges getan, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Japanisch ist dabei, Englisch-Deutsch. Fangen wir an mit dem ersten, und zwar wie ihr hier seht. Ich meine, was geht hier ab? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann haben wir den Hype von Logan Paul, von Trimax, und jetzt geht es hier nach oben. PSA 9, PSA 8, PSA 10. Das explodiert richtig. Und das ist nicht die einzige Karte. Guckt mal hier, das ist eine PSA 10, sind wir bei 583. Das ist relativ low-pop. Dann haben wir als nächster Gänger das gleiche Bild. Was passiert hier? Die Karte ist auf fast 2.000 gestiegen. Ich meine, die Karte auf 300. Was geht hier ab? Absolut unfassbar. 500 PSA 10, wie ihr seht. Auch PSA 9 extrem gestiegen, auch auf Card Market. Dann die Karte hier, Latios und Matthias. 3.000 plötzlich, PSA 9, kostet auf 1.000. Ich meine, was ist denn hier passiert? Das ist ja das krasseste, was es jemals gab an Preissprünge. Aber es ist nicht nur Sonn und Mond. Ich meine, hier auch nochmal, hier mal Shadow und Margeant geht nach oben. Wir haben hier einen Green Ninja und Sarawak, der geht extrem nach oben. Und diese Datenbase hier, die wir hier haben, die ist geupdatet. Das ist neu. Wir haben die aktuellen Preistaten. Das war jetzt ein zweimal oder nicht geupdatet. Das ist geupdatet und die Preise, die gehen stark nach oben. Auch hier, was ist mit der Karte passiert? 400 Dollar plötzlich höher, als was es je war. Das sind überall die größten Preise, die wir jemals hatten. Mehr als damals noch bei Logan Paul. Wir haben hier abgeladen. Auf japanisch 5000. Ich meine, es ist schon klar. Leute, versuchen das aufzukaufen. Ich meine 5000. Das ist ja mehr als verdoppelt. Vor fünffach Zeit im Release. Da haben wir die englische Version. Auch die geht hier nach oben. Die ist höher oben als bei Release. Wir sind hier auf 1200 schon. Da war es kurz im Oktober Hype. Da ist ja auch kurz was los. Aber da geht es auch nach oben. Und das, obwohl, guckt es mal hier. Es gibt hier mittlerweile einen ganz schönen Haufen an gecoödeten Ambions. Und insgesamt sind es schon fast 9000. Und wir haben hier halt wirklich fast 7000 PZ10. Und trotzdem geht es nach oben. Das ist extremst verrückt, was hier abgeht. Und wir sind dann hier bei neueren Karten. Giuberti noch hier. Da geht es nach oben. Eine PZ10-Karte. Die ist eher am steigen. 700. Und wenn ihr hier schaut, die Karte ist sehr schwer zu graden. Jede zweite Karte wird nicht sehen. Und ja, dann haben wir auch Gengar. Der geht auch etwas nach oben. Also extrem verrückte Preise. Ich meine, die ist bisher schon durchgegangen. Son und Mond Team-Up. Auf 1500 plötzlich Unbroken Bounds. Was ist hier passiert? Diese Box geht plötzlich steil nach oben seit Anfang des Jahres. Unified Mines plötzlich zahlt jemand 4.000 für eine Box. Welten im Wandel. Absolute Eskalation. Niemand weiß so richtig, was hier passiert. Ja, ist es schwer zu erklären. Ja, wie soll man solche Preissprünge erklären? Ja, ich meine, eine Sache ist natürlich, ja, wenn wer ein bisschen genau drauf schaut, weiß, dass auf Ebay, ja, da wird ZDZ gerade ziemlich viel aufgekauft in Amerika. Und Buyouts sind da im Gange. Da gab es auch schon vor zwei Wochen eine Meldung für Ampel und Vimax. Da hat ein bekannter Shop gesagt, dass Buyouts sind. Und das ist halt der Grund natürlich. Und ich glaube halt wirklich, dass Leute hier sind, die haben so viel Geld. Wenn du eine Million hast und du spielst ein bisschen mit Pokémon-Karten, dann kannst du den ganzen Markt dominieren, wenn du da reingehst. Und ich glaube, so etwas passiert gerade im Pokémon. Und schauen wir jetzt mal ein bisschen die Displays an in Schwert und Schild. Ja, 200 nur auf Deutsch, über 300 auf Englisch. Da sieht man schon, okay, die deutschen Boxen sind halt nicht in Schwert und Schild gerade bei Low-Print. Clash der Rebellen, habe ich jetzt gehört, war Short-Print. 70% von dem hier. Also da gab es 30% weniger. Und deswegen ist diese Boxen auch gestiegen. Wenn ein Reprint gekommen wäre vom zweiten Set, dann wäre das eingekracht. Ich habe auch gesehen, dass Entwicklungen in Paltea angeblich laut PokéRef das zweite Set auch runter geht von den Print-Kapazitäten auch auf 70% wieder. Das heißt, Entwicklungen in Paltea ist ein relativ Short-Print-Set. Das weiß die Pokémon. Die Company, die manövriert das Ganze schon ganz schön gut. Und ja, flammende Finsternis. Schlechter Display, schlechter Display. Kampfstile, schlechter Display. Ich habe gesehen, das wird der Schiff über 100, aber da tut sich nicht viel. Ist nicht zu empfehlen. Immer noch nicht Schauer-Gerrschaft. Das geht nach oben, wie ihr hier seht. 150, 170, da sieht man schon eindeutig, dass es rauf geht. Also Schauriger war definitiv ein guter Kauf für eine Sild-Sammlung, weil man hat die für 99 Euro bekommen. War das noch letztes Jahr, gell? Letztes Jahr im Frühjahr. Und haben wir hier schon bloß über 50% teilweise für diese Boxen. Also da sieht man schon das Potenzial im Schweizer und Schild. EV Heroes, ganz besonders, vor einem Jahr war sie für 160 da. Und jetzt sind wir schon auf 400. Ja, das sind gestiegen. Auch hier gab es Versuche, das aufzukaufen. Und ja, war lang auf 300 jetzt dann. Und da hat sich seit einem Jahr quasi mehr als verdoppelt. Die Chase-Karten, ja, was soll man sagen? Wir haben hier 500, das Graziola, das Volley Purpa, sind wir bei 400. Und da geht es halt schon steil nach oben und nach Taramos, wie vorangesehen. Ja, die Karte wird auch nicht günstiger, gerade auf Japanisch. Obwohl es auch schon über 3.000 gecredited gibt. Aber hey, es scheint so, es wäre komplett egal, wie viele Karten gecredited sind, Stand jetzt. Wenn die Nachfrage da ist, wenn es genug Leute haben wollen, ist es egal, ob eine Karte erscheinend 3.000 Mal gecredited ist. Wenn die 3.000 Mal gecredited ist und es wollen 100.000 Leute die Karte haben, ist es besser, als wenn die Karte 50 Mal existiert und 3 Leute wollen es haben. Ja, das ist der Unterschied zwischen Modern und Vintage teilweise jetzt. Und deswegen gehen die Karten so auch hier nach oben, trotz diesem Hype-Hop. Wir haben hier das Felinara, auch sauteuer. Da sind wir auf 700 auf Karten, mag ich für eine rohe Kopie. Und der Trend hier, der lässt auch eindeutig zeigen, was hier gerade abgeht. Also, schaut ziemlich krank aus, diese Kurve. Und ja, dann ein Blue Sky Stream ging auch nach oben. Der Display ist mittlerweile auf 300, also fast für EV Heroes. Auf koreanisch natürlich ein bisschen günstiger. Und wenn wir sich das anschauen, ja gut, mit dem Drago ran. Wir haben hier das Rekwasa drinnen, das geht auch schon auf 400. Und natürlich dann hier, ging einmal für 3.000 weg, ein Rekwasa auf japanisch. 3.000, kranker Scheiß. 3.000 war sicher eine PC-10, total verrückt für dieses Rekwasa. Ich weiß noch, wie das rauskam, war es auf 300. Jetzt hätte man da schon 3.000, wenn es einen guten Zustand gehabt hätte. Also, japanisch Blue Sky Stream, EV Heroes waren die besten Sets in Schweizer und Schild. Ein Drachenwandel natürlich das Äquivalent aus diesen beiden Sets. Das wurde ja zusammengestellt aus diesen beiden krassen Sets. Und deswegen ist das auch bei uns so extrem abgegangen. Flenara und Graziola und Follipupper, die schwächeln zur Zeit. Rekwasa ist sehr stark. Und das Nachtara hat auf Kartmarkt jetzt endgültig, wie ihr seht, die 600 erreicht. Und ja, geht es auf 700, geht es auf 800. Möglicherweise, warum nicht, wenn es genug Leute haben wollen, selbst wenn das 7.000 PS10 existieren. Wenn das die Karte ist aus Schweizer und Schild, dann geht es nach oben. Generell, wie gesagt, der Markt, der ist gerade ziemlich verrückt. Ich habe auch gesehen, auch Vintage-Sachen gehen teilweise nach oben, die sehr selten sind. Und da kommt vielleicht noch ein extra Video, falls du da noch da bist, dann sag mir, ob ich ein Video machen soll über die Vintage-Sachen, die euch ja eigentlich nicht so interessieren. Und ja, Nachtara. Ich glaube, hier wird auf die 700 gehen, in der Rohversion. Fusion-Strike-Display, da tut sich nicht viel. Da gibt es gerade eine Menge Angebot und die Karten sind eigentlich sehr stabil. Ganz interessant ist eigentlich hier noch der Vergleich, weil zum Beispiel ein Gänger und ein Psyaner. Das Interessante bei diesen beiden Karten ist, die kosten circa gleich viel auf Kartmarkt, aber diese Karte kostet in einer PZ-T nur 300 Dollar und die 400. Obwohl die gleich teuer sind und die Population sehr ähnlich ist. Da sieht man, entweder ist diese Karte stark unterbewertet oder Gänger ist einfach überbewertet. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es da gibt. Dann Strahlende Sterne, da geht es auch nach oben. War klar, das Set war stark. 115er wissen noch, wie das kam. Das wollte niemand haben, gerade weil diese Sättigung mit Celebration und Drache-Wandel und Fusion-Strike alles war. Und die Karten insgesamt, der geht jetzt nach oben, der Artsois. Das Chloroge ist nicht so beliebt, das wissen wir. Und Chloroge wie, das auf Deutsch etwas schwächer. Auf Deutsch tut sich da nicht viel, auch massen gequilliert die Karte. Aber, ja, Strahlende-Stelle-Display ist halt schon mittlerweile sauteuer. Also bis jetzt eigentlich, ja, ich würde sagen, Astral-Glanz ist eine gute Sache. Wenn man es noch günstig kriegt für 114 Euro oder so, kann man nichts falsch machen beim Display. Immer noch. Und die Karten, also weil es auch stark ist. Aber ja, da tut sich nicht viel bei den Karten. Das habe ich gesehen, ging ein bisschen nach oben. Das macht schon mal. Und wir sehen generell hier Lost-O-Rigion, so stark. Da geht es nach oben. Da sind wir jetzt schon auf 140. Also in den letzten zwei Wochen war das ziemlich heftig. Was hier passiert ist bei Lost-O-Rigion. Und wir haben vorhin gesehen, ganz am Anfang, dass Chiratina eine Karte ist, die nach oben geht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier Ähnliches wie bei Armbio und Vimex sehen, dass diese Karte hier noch eine Überraschung bringen könnte. 700 Euro für eine Pizze-Tenny ist recht viel. Aber ihr habt es gesehen, es geht immer weiter nach oben bei der Karte. Dann bin ich sehr gespannt, was da passiert in Zukunft. Sie haben eine Sturmwinde, das schwächelt auch gerade. Da kam anscheinend wirklich sehr, sehr viel rein. Und die Leute haben nicht so ein Interesse, das zu kaufen, weil das Lugia halt nur die Hälfte kostet von Chiratina. Das ist halt dann auch nicht so spannend, wenn die Chiratina dann hier sinkt, während es einfach bei Chiratina nach oben geht. Das ist der Unterschied dann. Da kam es in ein Popur. Was soll man da so sagen? Wir haben schon gesprochen, da tut sich nicht viel. Keine Chase-Karten. Und dann natürlich, jetzt haben sich hier die Poolraten verändert. Und bei Entwicklungen in Paldea haben wir den Fall, ja, anscheinend ist Despot da die seltenste Karte, die Illustration-Ware-Karte. 1 zu 800, also sie haben bei diesem Set die Poolraten etwas adaptiert. Und vermutlich werden hier jetzt teurere Preise sein. Ja, Yono, die Enigmara, kann hier in diesem Set eine teure Karte werden eventuell. Und das sollte man, ja, zur Kenntnis nehmen oder mal wissen, dass das so ist. Und dann haben wir schon Vorbestellungen. Obsidian-Flammen 120, ja, ist ein gutes Set, wird gut. Das da, wie gesagt, wird der Höhepunkt August. Dann im September Pokémon 151. Falls ihr das nicht gesehen habt, deutsche Release ist geleakt. Ich habe ein Video gemacht. Schaut es euch an. Das kam auch heute. Und das wird natürlich auch eine sehr spannende Sache hier bei dem Set, wo wir witzigerweise einfach keine Informationen haben bis jetzt. Und ich bin gespannt, ob das Pokémon 151 irgendwie ebenwürdig sein kann oder nicht. Liked das Video, Freunde, lasst ein Abo da, schaut euch hier eines dieser Videos an. Und wir hören uns, Freunde.